Musik Ich bin sehr offen aufgenommen worden. Es war ein Bewerbungsgespräch ohne Druck. Es war ein gegenseitiges Kennenlernen. Besonders in der Rinnung geblieben ist mir die positive Atmosphäre, die angenehme Atmosphäre mit der Verantwortlichen von Personalseite und direkten Führungskraft. Es war ein sehr herzliches Gespräch. Wir sind am Anfang den Lebenslauf durchgegangen, aber dann ist es um mich als Person gegangen. Und das ist auch das, was mich total begeistert hat. Bei einem Bewerber ist es mir wichtig, dass ich einen gewissen Ehrgeiz und ein gewisses Feuer verspüre. Dass Interesse da ist an der ausgeschriebenen Position. Dass eine Information schon vorhanden ist. Ein Tipp ist auf alle Fälle genau über das Unternehmen informieren. Informiert euch über die Liebest, informiert euch über das, was verkauft wird an Produkten. Und auch das Feeling zum Unternehmen muss passen.